So, herzlich willkommen zurück. Wir haben letztes Mal den Basarios richtig beschissen umlaufen, weil ich aus Wehen flüchten gegangen bin. Ja, heiße. Okay, hier geht's nicht lang. Einfach mal alle Wege ausprobieren. Nope. Alles versperrt. Ja, also, ja. Muss man sich jetzt selber noch kurz speichern. Ich beiße mir immer noch in den Arsch. Ich beiße mir immer noch in den Arsch. Ich hasse es. Ja, guten Tag. Oh, ist ja ein Großer. Hallo. Gegen dich muss ich kämpfen. Äh, Iodrome, genau so. Oh, ist nie. Ach, gut. Also, Basarios hat mit dem Raffalos hergiftet. Dieses Gift hätte ich nie wieder von meinen Händen waschen. Oh, Iodrome, der macht verpackt. Obwohl, der Raffalos macht so viel Schaden. Um ihn direkt gleich zu killen. Du bist Pellis. Du bist Pellis. Oh, ne, von hier bin ich gekommen. Joltschbar. Joltschbar. Da ist der Weg blockiert. Warte mal, das muss ich mal wissen. Insidermäßig muss ich das jetzt wissen. Joltschbar. Also, Lore-Technisch will ich das jetzt wissen. So, wo sind die ganzen Gesteinstypen? Erbkristalle. Einfach die Rüstkugeln. Für Überlieferungs-Edelsteine. Genau. Ah, für dieses Überlieferungsritual. Ja. Stein nur im Hochgebirge abgebaut. Die Bearbeitung ist schwer, lohnt sich aber. Dachen geht drei Sterne. Ja. Dachen geht. Kennen wir aber. Gestein, was in der Nähe von Lava wächst. Kennen wir aber. Kennen wir aber. Oh. Überhitzung in Lava-Hüllen ist es ja heiß. Dadurch kannst du die Kampfrunden verpassen. Verwendet daher. Ein hitzeliebendes Monster oder benutze kühle Nebel. Ja, wo soll ich dieses kühle Nebel her? Oh nein, ich bin nicht auf Kaufen gegangen. Ich hätte mal in der Stadt auf Kaufen drücken müssen. Gucken müssen, was da angeboten wird. Scheiße, das müssen wir nochmal hin. Obwohl. Uns wird kühler Nebel geschenkt. Einfach so. Danke, Pogi. Oh Gott. Wo ist denn der kühle Nebel? Danke. So. Nein, ich hab mal los. Okay, dann ja, naja. Und wahrscheinlich voisningar aus der Gropェ・・ Das ist wenn ja POS aus ein Tor. Dann kann man sie überlaufen in fallen. Also wenn ich so, mit ihnen Colon die данzen kommen und das ist, bei mir zurück etwasicação. Ja, wo dann ein rot. Jetzt machen die nicht viel Schaden Dass die beide auf jeden Fall auf einen Rache loswollen So einer dort Joa, einfach schnell töten, fertig Joa Ja, er hat sich zurückgezogen Aber ich will ihn nicht wirklich haben Also ich würde sagen, es lohnt sich nicht so wirklich Näh, oder? Näh Haben wir nicht schon einen Bull Drome? Aber guck mal, guck, 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 guck mal Wer will einen Bull Drome haben? Näh, aber Näh Ja, Macherlied, ernst genau Was eigentlich in Flüssen und im Wasser wächst Oder in der Nähe des Wassers Einfach mal hier, oh, da hinten ist ja der Das ist die andere Seite des Vulkan Also das, äh, also hier Das ist die andere Seite des Bergabbau-Gebietes Und da Ist der Uragan Der Fett steckt Der bringt uns jetzt auf die andere Seite Für alles braucht man ein Ladebildschirm Haben die ganze Zeit Seifengrasgrasgrasgrasgras Seifenjolt Sparbcool Oh, hier gehts irgendwo lang Das will ich wissen wo das Land geht hier Oh Eine von diesen Höhlen Ist jetzt wahrscheinlich der Weg frei Da wollte ich jetzt nicht zurück Obwohl ich muss da zurück So wie ich es hier Ah Ah Ö Ich will nicht gegen die kämpfen Oh Werden wir einfach Den Vernichten Oh der ist fast tot Die Gun Äh Achso Der Raffel lässt der Haut Aber auch Attacken aus So Ah ja So präzise Wenn man hier rein muss Hallo War Gun Können wir wohl noch nicht gegen ihn kämpfen Alter Eigentlich an sich eine gute Idee Mal im Fallenbeutel Äh im Kampfbeutel mal Fallengeräte reinmachen Auch mal das Und das hilft eh nicht viel Genau Wir müssen wohl jetzt da hin Okay Bitte lass mich doch in Ruhe Nein 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 Lasst mich doch in Ruhe Ja endlich Oh Oh danke Äh ich muss Äh da hin Ja Oh nö Oh komm Geh weg Oh Ehe Äh Wie soll ich denn hinterherlaufen? Der ist doch da oben gewesen. Wie soll ich denn da hinterher? Hallo Pogi. Wie soll ich denn da oben sehen? Wie soll ich denn da oben sehen? Ah, sieht nicht so aus. Schade, schade. Uff. Komm, mit dir geht das schnellerer Fall aus. Na dann, ab in den Fahrstuhl. Wir sind hier weiter unten im Vulkan. Oh, ich will wissen, wo es da... Oh. Oh, gut. Haben wir eigentlich noch kühnen Nebel Intus? Sah nicht so aus. Ich hätte hier gucken müssen, ob da ein Kaltgetränks-Symbol ist. Ist aber egal, wir haben genug jetzt davon. Ich habe hier einen Kaltgetränk-Symbol. 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 Oh, nicht so aus. Natürlich. Oh, hallo. Oh, das ist dieser Stein hier. Oh, das sieht aus Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü ja aber wo finde ich denn flammen steine ich habe bisher alles abgeboren ich habe gefunden Prozent 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 Julio in der Füllene Siedlung könnt ihr euch in Flammenstein schnappen um zu Siedlung zu hören müsst ihr Rangierbahnhof die Lohre von Gleis 1 nehmen aha ja ja ok ja 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 ich muss Ich muss mich wieder heilen, sehe ich gerade. Okay. Sehr gut. Wir haben einen. Wir haben einen, wir haben einen. Wir haben einen, wir haben einen. Wir haben einen. Und da sind wir wieder an, wir tun sich jetzt selber erstmal speichern. Was macht der hier? Pulverstein, was macht der hier? Oh, ey, 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 ey. Oh, komm, hör auf zu laggen. Ey, du bist extra für Android gemacht worden. Was ist denn das für ein Scheiß mit der Konvertierung des Spiels hier? So dumm. Was? Alles klar. Oh, nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. Okay, das war's. Wir müssen. Achso! Natürlich! Es tut mir leid, dass ich jetzt so stark jetzt am Ende nochmal lag. Es tut mir wirklich leid. Ah, scheiße. Äh... Der Kopf noch nicht kaputt? Geil, ich muss... Oh, ernsthaft jetzt? Schlimmer kann es nicht werden. Nochmal? Ja gut, ich probier's mal. Äh... Ey, das ist jetzt permanent lag. Ich... Mann... Nein, gerade jetzt macht er das Kälchen weg. Ich kann sie... Egal. Kopf auf Kopf. Ah... Ah... Gott. Kopf kaputt. Sei gut. Obwohl er es kriegt nochmal... Megatrank. Oh... Oh... Hör auf! Hey, what the fuck? Dieses... Dieses Spiel... No... Oder? Ah... 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 Oh... Normal und einfach drauf, einfach drauf. Ich explodiere gleich scheiße Oh, einfach drauf Oh, der kommt wieder gegen mich Äh, muss nochmal einen Trank einsetzen Keine Ahnung, warum auf einmal heute das so stark leckt Ich kann es nicht sagen Ja, wir haben es geschafft Cool So Gut Darauf speichern wir auch erstmal wieder Uuuh Hey, der dober Vulkan Ich kann einfach auf der Lava laufen Ja, dafür rennt der Rafa los jetzt Dachte ich mir schon Ja, moin Was Ich reg mich nicht mehr darüber auf Das ist wieder zündlos Oh So Das war's für heute. Haben wir auch mal Orok-Tore besiegt. Ich muss nie die Brandsalbe. Ja. Achso. Okay. Wir müssen aber ins Feuer leider. Müssen wir irgendein Monster haben was durch Flammen schwimmen sowieso aussieht? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Ich bin nicht. Endlich haben wir wieder die Chance gegen einen Basarius. Ja! Jetzt ist er ein Gravius. Ach, darin liegt der Unterschied. Jetzt sehe ich auch mal den Unterschied. Aber ganz ehrlich, das sieht aber auch eigentlich gleich aus. Obwohl, Basarius sieht mehr bergmäßig aus, glaube ich, gesteinsmäßig, ja. Und Gravius sieht mehr knochenmäßig aus, ja. Ja. Haben die Chance hier, gegen die zu kämpfen. Oder gegen etwas noch stärker zu kämpfen. Nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Scheiße. Sehr gut. Sehr gut. Trefft uns an. Nee. Nein, nicht hier schlafen. Bitte. Lass mich nicht. Sehr gut. Okay, sehr gut. Stufe 3. Bindungsangriff haben wir hier. Und das werden wir direkt auf die Nieder schmettern. Ja. Alter, diese Lags, tut mir wirklich leid. Ey, dieses Spiel ist eigentlich wahrscheinlich für den Pet geeignet. Aber nicht für ein Handy. Wir können ja auch Apps auf den App Store herunterladen. Alter. Nein, diesmal hab ich deine Technik angriffen. Egal. Raushauern. Hoppala. Nein, 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 nein. Wir müssen uns erstmal heilen. Wir müssen uns wieder heilen. Alter. So. Bitte macht Kraftanriffe, okay Schlafgeist, aber hat keine Wirkung, genau. Strahle, oh der ist tot, sehr gut. Gut. Cool. Und ich sage mal, ich speichere gleich. Und sehr gut ein Fragment und ähm... Dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen, bevor mein Handy noch explodiert. Nehmen wir ganz ehrlich, wenn ich das Handy nicht kühlen würde, ey, das wäre bedeutend schlimmer. Diese Lacks wären immer bei allem, was ich mache hier. Nehme ich mit. Also das ist unfeierlich, ganz ehrlich. Obwohl es gekühlt ist, obwohl es gekühlt ist. Obwohl, ich habe diesmal den Booster und kein Catch gelernt, stimmt ja. Das hätte ich machen müssen. Habe ich nicht gemacht, habe ich vergessen. Daran liegt es... Ah... Wir werden uns in der nächsten Folge ausgiebig in diesem Gebiet nochmal umsehen. aber erst mal schön speichern die 40 minuten sind auch aber wieder reicht und wir sehen uns da rei